das ist das hier komme ich dadurch bei der peli boot und was mal einer an hier war ich noch nie sowas aber auch hier war ich noch nie drin krass kühlschrank wein und scotch nee danke aber hier ist ein komputer war mal ganz kurz okay durchschnittlich verschlossen oh a queen was trinary cooling cracking 20 brawling branches transmit shit training halt out das war das halt nein das was wir musste learning externe letztes mal habe ich keine lust mehr es ist ein kleines beslutet das darf dann eben nicht minister dem perk registierkasse ja geld vorkriegsgeld die aktenschränke sind leer den kürzern kann man schon durchsucht nirgends ist ein pass und da ist noch ein verschlossen okay deswegen ist der kühlschrank deswegen ist der tressor hier wegen dem tressor deswegen äh ist uninteressant ist leer wollen wir uns ein bötchen mieten obwohl ich so eine hässliche gurke will ich ja nicht nicht haben das hier guck mal da oben naja naja darf man weiter naja Eine Einkaufswäge löschen. Mal gucken, ob ich das Ding von mir her schieben kann. Oh, Mann, ey. Ja, Einkaufswagen fahren ist ganz schwer. Da braucht man extra Führerschein für. Ups. Äh, den krieg ich nicht so. Das juckt den überhaupt nicht. Da kann ich auf den schießen, so viel ich will. Das ist wie eine Massage für den. Akupunktur. So was in der Richtung. Nicht zu weit vorgleichen. Oh, Mann, jetzt... Spring halt da drüber, oder? Ich will nicht unbedingt durch die Pampe schwimmen. Ich will eigentlich gar nicht durchschwimmen. Ich will aber auch nicht oben lang. Aha. Du kleine Miesekackstelze. Ach, da drüben ist der, der interessiert mich doch nicht. Ich will doch nur einfach Arrived City einnehmen und damit hat sich das auch. Ist denn der so schwer? Rivet oder Arrived City? Ich weiß es jetzt nicht. Ob da vielleicht ein Händler steht? Nein, da steht kein Händler. Schade eigentlich. Ich weiß es jetzt nicht. Soll ich reingehen? Ah, da hinten ist ein Klo. Tja, die haben einfach mal so ein Klo hingezimmert. Akten-Schränke sind leer. Wo? Wo willst du denn jetzt gerade hinrennen? Junge, 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 ey. Könnten Sie mir helfen? Ich brauche Wasser. Ja, ja, ja. Komm hier, nimm dir das in keinem Wasser. Ja, ich meine es an. Ja, du kannst es einfach haben. Danke. Ja, ist in Ordnung. Sparte die Reden, ist mir wurscht. Willkommen in Rivet City. Bitte warten. Die Brücke wird ausgefahren. Okay. Na komm her, na komm. Ich warte auf dich. Er mag nicht. Keine Bewegung. Welche Geschäfte führen Sie nach Rivet City? Das geht dich in Feuchten an. Ich stelle ihn da nur umher. Vergessen Sie es, ich haue ihr ab. Ich suche meinen Vater. Soll ich das jetzt schon anfangen? Ich suche meinen Vater. Und wer soll Ihr Vater sein? Wenn er auf diesem Boot lebt, kenne ich ihn. Sie kennen ihn nicht. Er hat sein ganzes Leben in einer Vault verbracht. Ach ja? Und ich bin der Kaiser von China. Wenn Sie weiter so ein Klugscheißer sind, werden Sie mit dem Gesicht nach unten im Fluss enden. Wieso ist es so wichtig, wer er ist? Lassen Sie mich einfach durch. Er ist verschwunden und ich versuche ihn nur zu finden. Nichts weiter. In Ordnung. Sie können reingehen. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, enden Sie im Fluss. Verstanden? Ich weiß nicht genau, aber... Was willst du denn, du Arschlappen von mir? Naja, ich bin ja nicht so. Aber ich bin schneller, du. Hast du das? Äh... Verpiss dich. Das hier ist das Waffengeschäft Fleck & Shrapnel. Leicht zu merken, was? Sehen Sie sich um, falls Ihnen etwas gefällt. Ich bin gleich hier drüben. Äh... Ladenschluss? Was ist los? Haben Sie keine Angst, dass Sie jemand mit Ihren eigenen Waffen ausraubt? Hier? In Rivet City? Natürlich. Ich packe meine Sachen und die meisten der Jungs tun das auch. Vom Sicherheitsdienst gar nicht zu reden. Kann ich hier irgendwo einen Trink bekommen? Kann ich sehen, was für Schusswaffen erhältlich sind? Kannst du meine... Meine Ausrüstung muss repariert werden. Überhaupt kein Problem. Guck halt mal nach, oder du eh nicht. Äh... Nee, vergiss es. Oder vielleicht doch? Die Machine-Pistole brauchst du nicht reparieren. Das Ding vielleicht. Das war es dann aber auch. Äh... Oder du bis 49%. Das geht ja noch. Äh... Schusswaffen erhältlich? Sie müssen etwas töten. Nicht wahr? Ja. Und zwar ziemlich schnell. Oh, die Munition nehme ich auf jeden Fall mit. Äh... Vielleicht hat er noch für meine Schruppwinde. Schruppwinde? Schruppwinde? Ja, 42. Na toll. Stimplex hat er auch. Akzeptiere ich. Hat er vielleicht noch... Moment. L-M-N... Also L-M-N... Nein, hat er nicht. Oh, guck mal. Die hier. Beenden. Nein. Akzeptiert. Beenden. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas... Überhaupt kein... Ja, jetzt mach halt. Schusswaffen erhältlich. Sie müssen etwas... Ja. Ja. Gut. Jetzt habe ich... Die Waffe habe ich mir jetzt nochmal gekauft. Auf dem Anfang Grund, weil... Hoppala... Atomisator... Den kaufe ich mir 3... Verkaufe ich mir 3... Verkaufe ich mir 3... Ja, ja, ja. Dann kann ich nämlich meine damit reparieren. Bafout kriegst du nicht. Die chinesische Pistole kannst du haben. Die hat zwar so gewicht. Dann kann ich die zwei nämlich reparieren. Guck mal. Genau. Jet verkaufe ich dir. Die Kampfläden kriegst du nicht. Die Mini-Atombombe kannst du haben. Psycho. Du Psycho. 58. Ups. Schrotpatron, Stimpact, Sturmgewehr 117. Äh, Fruchtkriegskohle. Naja, fast. Aber nur fast. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja, muss jetzt los. Falls Sie mehr Munition brauchen, wissen Sie ja Bescheid. Hm. Ich glaube kaum, dass Ihnen das gehört. Alle im Maul und verpiss dich. Kleiner Zwerg. Willkommen im Potomac Attire. Ich heiße Bannon, bin Besitzer des Potomac Attire und Mitglied des Stadtrats. Ich führe anspruchsvolle Kleidung für anspruchsvolle Kunden. Der Kleine hier ist ein ganz frecher. Äh, ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Sie kommen sofort zur Sache. Das gefällt mir. Natürlich. Äh, was hast denn du? Was hast denn du? Was hast denn du? Äh, vielleicht, ähm... Äh, wie hast denn die Aufklärungsrüstung? Ne, hat er nicht. Aber Stimplex hat er sieben Stück. Äh, was hast denn das? So eine Klischee brauche ich nicht. Bramina Autopfit brauche ich auch nicht. Björklin Rüstung. Dann kannst du hier, heb das mal auf. Dann kriegst du noch hier so Atomisato. Kriegst du zwei Stück. Zwei Stück. Kriege ich vielleicht mal zwei Stück. 532 passt. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Ja, ja. Bis bald. Ja, tschüss. Mama, ich werde mit CJ spielen. Ja, mach was du willst. Das ist der Quick Fix. So heißt unser Laden. Er gehört Pauly und mir. Ich heiße Cindy. Cindy Cantary. Macht die sich nicht nass, wenn sie sich das Zeug über... Naja, schüttet. Äh, was haben sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Das weiß ich doch. Also, pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, zuallererst die Buffouts. Die krieg ich komplett. Dann nehme ich mir noch die Red Away. Die 10 Stimplex nehme ich mir. Ich nehme eigentlich alles, bis auf den Rest. Ja, das kann man so lassen. Äh, dann kriegst du von mir eins, zwei Stück. Pass auf, die kriegst du noch von mir. Die kriegst du nicht. Das kriegst du von mir. Allgemein kannst du nicht haben. Äh, zumindest mit mir Red X. Kriegst du zwei Stück. Oh, warte mal. Mal, eines nach dem anderen. Ähm, jetzt haben wir noch einer. Sechs. Oh, wunderbar. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Verkaufen? Wir haben... 101? Hoppala. Hab ich wieder nicht hingeguckt, wisst ihr? Nicht Bescheid. Äh, passt ja. Dann kriegt sie das noch. 1, 2, 3, 4, 5. Hm, hab ich vielleicht noch was Bescheids für sie. Sieht nicht so aus, Fruchtkohle. Äh... Ach, weiß was, hier, da, schenke ich dir. Danke. Abzeige, ich hab den Müll los. Für mich ist es an der Zeit zu gehen, Cindy. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Hm. Ah, mein Tavernienbesitzer. Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich heiße Gary Staley und bin Gourmetkoch und Feinschmecker. Ich werde ihre Mahlzeit zubereiten. Meine Spezialität sind Maya-Lurk-Kuchen. Mein Niguain ist allerdings auch sehr beliebt. Äh, ja, man sieht's. Äh, bei Maya-Lurk-Kuchen werde ich schwach. Äh, von Maya-Lurk krieg ich immer Blähungen. Ich bevorzuge Eichhörnchen. Das stimmt, ich bin hungrig. Hier ist unsere Speisekarte. Natürlich. Die Speisekarte, bitte. Äh, die neuen Stimbecks nehme ich auf jeden Fall mit. Die Zug-Bunger nehme ich. Äh, die wilde Bunger nehme ich vier Stück. Also alle, wo da sind. Äh, schade. Keine Zuckerbomben. Naja, kann man auch nichts machen. Eins und zwei. Ja. Was gibt hier? Zwölf. Habe ich was für zwölf? Buff-out haben wir sieben. Das sind so viele Typen. Alien-Kristall. Was war's kriegst du ein Alien-Kristall von mir? Der Rest ist drin, gell? Ein weiterer zufriedener Kunde.